Mama? Ja? Weißt du, wo meine schwarze Hose ist? Ich find die nicht. Die liegt auf dem Stuhl. Wenn ich jetzt auf dem liegt, dann gibt's was. Luis, was ist das? Die kann ja weg, ne? Die findest du ja nicht mehr. Ich bin in 30 Minuten da. Räumst du die Spülmaschine aus? Gar keinen Bock. Ja, Mama, mach ich. Luis! Du hast gesagt, du kommst in einer halben Stunde. Ich hab mein Zimmer aufgeräumt. Luis! Ja? 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 Ich hab doch eine Antwort.